So, da bin ich jetzt wieder und wir starten direkt mit der nächsten Attitude Era Moment, was auch immer hier ist. Auf jeden Fall Cain vs. Steve Austin. Liegen wir noch vorne? Ja. Gewinner ist sehr erfolgreich, okay. Und der auch immer kommen sollte. Bam, King of the Ring hier. Und vor den WWE Champion-Titel. Geht doch. Ja, ist ja gut. W-WF. Ich sag schon WWE. Ach egal. Passt schon. So. Let's go. Bam. 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 Bum. Bam. 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 Dieser Attitude Moment. Anscheinend noch nicht. Sohn Kohl dreht sich alles um. Hier kommt Austin mit einem Axe-Handler. Er hat den Kampf gegen seine Gegnern. Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? Oh Gott Gott, sag mir nicht. Das ist das Mensch mit einem Stuhl. Es gibt keine Disqualifikation in diesem Spiel. Der kann einfach... Ja gut, der ist auf meiner Seite. Das ist super. Jetzt komm! Der schmeißt ja auch allen Scheiß rein. Komm, steh auf, Steve! Gut. Was soll denn das? Mach hier nicht alles voll! Hallo? Kommt jetzt endlich der Moment hier? Ja. Dreck! Oh nein! Oh oh oh! Undertaker! Nein! 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 Okay! Scheiße! Jawoll! Ich bin ja, muss ja für den Cain jetzt sprechen. Geht doch! Hat der anderen Taker ihn vermies? Ja, muss den anderen Taker. Und Cains Kleidung mit zwei Ärmeln, okay? Gut. Dann springen wir mal zum nächsten Event. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin ja gespannt. So. Steve Austin versus Cain. Und nach der, ja, 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 ja. Gewinn durch Pinfall oder Submission. Okay. Für einen Sprunggreif von Ape Hunt aus. Okay. Für einen Irish gegen die Stahl, dass er darüber stolpert. Okay. Mhm. Okay. Wollen wir schon schaffen. Aber wir sind jetzt wieder Steve Austin. Also Cain, die Taker wieder verlieren. Anscheinend. Gehe ich mal von aus, ganz, ganz stark. Ja. Ja, gut. Machen wir doch. Lass es. Nein! Scheiße. Lass es. Lass es. Zack. Mist. Komm, steh auf jetzt, Stone Cold. Lass es. Jetzt komm. Ach. Nein. Gibt's ja nicht. Lass es jetzt. Geht doch. So. So. Komm her. Nein. Fuck. Sollte es nicht kommen. Habe ich doch. Lass es. Der soll sich verpinkeln, der Paul Bearer hier. hier. Bam. Bulldog hier. Wollen sie das jetzt hier? Nein. Gut. Piledriver jetzt. raus mit dir. Und er ist aus der Rink wieder. Habe ich doch. Ich bin. Nein. Ich bin. weh. Ich bin. Ich bin. BÄM! Gut. Lauf dagegen gegen... Ja. Ey! Nein! Lass es! Lass es doch! Es ist gut! Ich habe ihn noch vorher getroffen! Was willst du denn? Komm, steh auf, Austin! Steh auf! Ich schau jetzt erst mal ab. Ja! Endlich! Ey, komm rein! BÄM! Nur noch eine Lou Fast Press und den Fischer aus, ja. BÄM! Und der Taker verpiss dich doch, ey! Du machst mir weh, alles kaputt bestimmt! BÄM! 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 BÄG! BÄM! BÄM! war es jetzt aber wieder für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten, wenn es weitergeht mit der Fede. Ich weiß es nicht, was da weiter jetzt passiert. Auf jeden Fall bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao.